Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 62 von Dwarf Fortress mit dem Vorhobers-Grafikpack und dem Therapist, der uns dann die Daten liefert. Gut, letztes Mal haben wir hier einen Angriff vereitelt. Oder den hatten wir auch und den haben wir nicht vereitelt, sondern den haben wir niedergeschlagen. Wie soll man das nennen? Die sind abgehauen, die haben wir vertrieben. Ja, ist jetzt die Frage, ob das gut oder schlecht war. Wir haben noch 24, ich weiß nicht, wie viele wir vorher hatten. Und ja, da müssen wir mal schauen, was wir jetzt so machen hier. Keine Ahnung. Achso, ich glaube, wir hatten das mit dem Krankenhaus eigentlich in Angriff genommen. Und zusehen, dass wir da den hier, den brauchen wir eigentlich. Fisch die Sektor, das wird jetzt noch ein bisschen kribbelig, weil die jetzt gerade alle wieder super Stimmung haben werden. Okay, Lagerhaltung ist super, da unten ist nämlich voll. Ja, da müssen wir mal gucken. Machen wir erstmal auf die erste Etage. Einmal Q und erstmal gucken, ob alles soweit läuft hier noch. Wo ist mein X? Ich sehe es nicht. Da. Gut, das funktioniert noch. Hier ist kein Task mehr drin. Ist der abgebrochen worden? Und ja, wir werden jetzt mal gerade gucken, was da Sache ist. Was hatten wir denn hier ausgesucht? Bin können wir mal nehmen. Ich glaube, die wären gut fürs Krankenhaus auch, ne? Tab, den Chest, war doch auch sowas, oder? Ach, Splint und, ja, da müssen wir mal gerade gucken. Tee. Und dann da rein in den Laden, ob die schon gemacht sind. Das hatten wir nämlich letztes Mal aufgegeben. Oh, da hat einer was gebaut. Splint, Splint, Crutch. Gut, da müssen wir mal gerade ins Krankenhaus gucken. Bin ich jetzt soweit? Ja, hier war das. Ich glaube, mit I kann ich da ja reingucken. Und dann das große H war das, glaube ich. Set Hospital Information, genau. Zwei Tische, ne, drei Tische, zwei Betten haben wir. Die Splints und Crutches sind nicht angekommen. Die müssen wir aber noch ankommen lassen. Also fünf Splints und fünf Crutches. Okay, close and treat, das ist auch noch eine Sache, ne? Und der Rest muss natürlich auch noch gemacht werden. Ist auch schön, ne? Bints haben wir da aufgegeben, aber wir wollten nochmal reingucken. Splints sind zwei, Crutch 1, 2, 1. Das heißt, nochmal da rein in den Shop. A gedrückt. Und rückwärts. Das war einer nur, da müssen wir da noch vier von herstellen, ne? Vier sind's, okay. Und Splints, waren die denn da auch? Ja. Da hatten wir schon zwei, da müssen wir noch drei haben. Gut, okay. Und Bints haben wir auch. Ich glaube, das war auch richtig, dass da Aufbebauungsmöglichkeiten im Hotel sind, im Hospital Krankenhaus. Gut, jetzt ist die Frage, wer macht das? Äh, Jobs haben wir ja. Was steht da für Holding Ranger? Was macht der? Ach, der schläft. Tomp. Okay, die bringen das alle da runter. Das ist natürlich alles nicht so doller, dass das da runtergebracht werden muss. Store Items Stockpile ist auch klar, das lassen wir erstmal. Hier unten sind wir dann mit den Bints. Da wird was geschmolzen. Und da werden ganz viele Samen noch, guck mal, geht das eigentlich mit Shift? Nee, irgendwie anders, schneller? Nee, geht nicht. Schade, ich dachte. Seeds, Harvest Plants. No Creature. Beben. Eine Falle laden, müssen wir auch. Getränke brauen, Recover Wounded. Aha, da haben wir auch schon einen. Trade at Depot. Und da sind die Sachen, die wir gerade in Auftrag gegeben haben. Schön, ne? Okay. Und die lernen untereinander was. Hm, jetzt fällt mir gerade so ein, ne? Ja, super. Ja, ich glaube, ich muss mal gerade gucken, was er hier hat. Baby Wound, ne, oder? Upper Body. Left Lang ist die auch verletzt, weil die blau ist. Wahrscheinlich, ne? Und Annette Bsao, ist klar. Okay. Da ist noch einer totgefunden worden, ist auch klar. Lass mal gerade in den Katakomben nach freien Plätzen suchen, ne? Haben wir da noch genug, das ist die Frage. Wahrscheinlich haben wir da nichts mehr frei, ne? Die sind alle besetzt. Hier oben sind noch Plätze frei. Ne, auch nicht Quatsch. Da sind noch... Ich sag schon... Ah, hier ist aber noch was frei. Da müssen wir noch was eingeben, noch. Ja, da ist schon jemand drin. Ich glaube, wir können dann neue ausbauen. Okay, dann machen wir den wie dick, ne? Mein... Und da kann man hier schon mal... Ist das eigentlich alles ganz oben schon? Ja, ist es. Ach so, ja. Das hat gut geklappt. Verrutscht, aber dann nehmen wir das X und machen das wieder weg. Ja. Ich glaube, dann machen wir das mal gerade so, oder? Ach, den muss ich drücken, ne? Ich hatte X wahrscheinlich noch aktiv. Ja. So, soll erst reichen, ne, oder? Ich glaube, das ist richtig. Ja, passt. Und Escape. So, dann sollte da auch einer schon kommen vielleicht und das machen. Hier liegt auch noch einer. Den kriegt da auch keiner weg. Das muss ein Bug sein hier auf der Treppe, den wegzuholen. Ja, aber was willst du machen, ne? Blinkt schon irgendwas? Nein, es blinkt noch nichts. Da kommt aber einer. Ach, der bringt jemanden, um den zu bestatten. Jetzt habe ich da irgendwo was übersehen, dass hier noch was frei ist. Hm, war wohl so. Okay, jetzt aber nicht mehr. Haben wir da noch einen Miner? Das ist die nächste Frage, ne? Ne, das war der falsche. Hier war der richtige. Ja, haben wir. Gut, Worker steht auch einer, aber der war verletzt, ne? Ich glaube, wir müssen die Miner dann mal gucken, wo die sind. Aber ach, wir haben auch eine Squad, ne? Vier und acht stehen die. Okay, Military. Ja, da sind noch ein paar Tote zu beklagen. Das ist die Frage. Was waren die vorher oder auch nicht, ne? Ich glaube, wir müssen die erst hier ist ein Miner zum Beispiel. Den müssen wir erstmal wieder freisetzen wahrscheinlich. Damit das wieder weitergehen kann, wa? Ja, hat keinen Sinn. Ich muss ihn rausnehmen zum Beispiel. Okay. Die Frage. Hm. Da ist schon mal ein Bergmann. Der bringt Sachen in ein Stockpile rein. Ne, das war falsch. C muss ich drücken, nicht vor. Wo ist er denn? Da unten ist er. Machen wir mal ein F für Follow. Okay, der kommt jetzt rein. Bringt irgendwas in irgendeinen Lagerraum wahrscheinlich. Ich hoffe, er wird sich dann runterbegeben und, äh, ne? Wieder was basteln. Ja. Weil wenn der jetzt weiter das macht, das wäre nicht gut. Tut er aber. Da unten in dem Workshop für das Holz ist keiner drinnen gewesen in der Schreinerei oder Tischlerei. Keine Ahnung. Ah, da wird das nächste reingebracht. Das machen aber zum Glück mehrere. Dann haben wir vielleicht gute Karten, dass das schneller erledigt ist. Ja, möchte ich jetzt gar nicht wissen, ob er Immigrants haben. Klar, immer Immigrants, aber jetzt verfolgt er den nicht mehr, den Miner. Jetzt muss ich da wieder händisch hingehen. Das ist Remove Building. Ne, will ich gar nicht. V will ich. Und F wie Follow. Ne, das war verkehrt. Das ist richtig. Ja, in den Nord. Sümpfen ist nix zu fangen. Swams? Swams hört sich wie Sümpfer an, ist aber glaub nicht. Keine Ahnung, was das direkt übersetzt heißt. In den nördlichen Gewässern, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Okay, der macht seinen Job, ne? So wie das da so steht, ne? So, jetzt geht auch mal ein bisschen ausschachten. Ja, er geht schon mal woanders hin. Was zu trinken wollen wahrscheinlich, oder essen. Okay. Das bringt er raus. Ja, er kommt da unten rein. Was macht er jetzt? Hm. Wo geht er jetzt hin? Hat er wieder was geholt? Was da draußen irgendwo in der Wildnis liegt. Ja, das bringt er dann nix. Follow aus. Escape. Geht das? Ja. Wo ist... Da sind die Karte kommen. Baut keiner weiter. Schade drum. Der Koch ist gestorben. Tja. Aufräumen ist angesagt. Das machen sie. Letztens habe ich irgendwann auch gesagt, wir können mal ein bisschen aufräumen. Jetzt tun sie es. Jetzt bin ich auch nicht mehr zufrieden, ne? Okay. Wie sieht das im Therapist denn aus? mit unserer Zufriedenheit. Naja, da sind ja einige, die nicht zufrieden sind, ne? Happiness 19, 17 und 15. Und hier geht es ja noch, ne? Okay. Schauen wir mal, was wir da noch so hinkriegen, ne? Ist da unten was passiert? Ne. Da wird nix gebaut. Das ist schlecht. Was macht's krank aus am Rande der Stadt? Ja. Total unzufrieden, hungrig und durstig. Bringt da irgendwer dem denn das dahin? Das ist die Frage, ne? Schwierig. Ganz schwierig. Da kommt einer und bringt aber irgendwas weg, was da rumliegt. Toll, ne? Ja. Oh, da wurde gerade hier ein Leichnam weggebracht. Das ist ja schon mal etwas. Haben wir denn Betten, die wir da hinbauen können? Oh, hätten wir sogar. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir da noch eins hin, ne? Okay. Und dann... F für Cabinet. Geht das? Needs Cabinet. Okay. Und... Haben wir noch was anderes in der Richtung? Container. Aha! Vielleicht geht das sogar. Oh, das ist ja cool. Geht. Tische kommt da hin. Dann machen wir doch hier eine Reihe Kisten hin, oder? So, da haben wir ganz viele sogar, ne? Aber ich will einen Chest machen. Und nochmal. Machen wir auch noch hin. Drei Kisten. Okay, das lassen wir erstmal gut sein. Denn das ist ja schon mal was. I nochmal. Und nochmal gerade gucken, was wir da für Kisten brauchen. Steht gar nicht bei, wie viel. Nur es müssen welche sein. Wahrscheinlich Boxes und Bags. Haben wir jetzt auch drei Traction Benches. Achso, das war auch noch zu machen. Auch schön, ne? Das wäre ja... Ich glaube, Mechanics Workshop war das, oder? Oder Craft Draws Workshop. Weiß ich nicht. Können wir gerade gucken. Ne, ich glaube, das war hier nicht. Ne, ich glaube, das ist ein Mechanics Workshop. Es stellt sich nur die Frage, wo war der? Wenn, dann... Hier unten rechts, ne? Kann das sein. Mechanics Workshop, da ist er. Ja, da steht auch einer, Traction Bench. Macht aber keiner. Schade. Dauert noch. Ein Diplomat has left unhappy. Ja, kann ich mir vorstellen, ne? Wer will denn bei diesem Chaos hier bleiben? Oh, da unten ist noch eine schicke Nachricht. Die müssen wir mal gerade gucken. Da oben war das. Okay, der wird verfolgt. Gut. Ja, was wollen wir machen? Ich denke mal, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.